ARD Text im Auftrag von Funk Na Hallöchen! Hi! Okay. Na? Baut sich das an euch? Ja. Hier. Oder Scheiße. Scheiße. Alter, verarschen? Wo bleiben denn? Boah! Alter! Warst du mich erschrocken, Alter? Chill doch, Mann. Alter, wo warst du? Wieso kommst du jetzt jetzt? Hey, naja. Mein Bus hat eine Verspätung. Weißt du, dass ich immer so pünktlich bin, wisst du? Boah! Alter, hast du mich erschrocken. Na ja, war dumm. Ich hab in die Kamera geguckt. Jo, was geht? Wo sind die anderen, Mann? Ja, das frage ich mich auch. Ja, wieso? Sind die noch nicht da, oder was? Guck mal, Karthik. Ich weiß nicht, was die sagen sollen. Ja, dann ruf ich den jetzt mal mal. Jo, mach mal. Ne? Hallo? Dezemir ist Gott leider nicht erreichbar. Ne? Was denn da doch? Warte, was? Ja, ihr könnt ihn später nochmal anholen. Kann jetzt nicht. Die Frau sagt mir, der ist ja nicht erreichbar. Hä? Bist du bescheuert? Ist mittlerweile schon seit einer Stunde dunkel. Die Busse fahren jetzt auch nicht mehr. Ja, was willst du dann machen? Mit Chips voll fressen, oder was? Komm doch einfach mit raus. Ich hab auch kein Bock hier, alleine rumzusitzen. Aber wir nehmen eine Tasche nachher mit, okay? Ja, okay. Komm, wir nehmen eine Tasche nachher. Alter. Alter, nee, oder? Was ist denn das? Was ist denn das? Nee, auf keinen, Mann. Das geht nicht. Nein. 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 Alter, nein. Wir werden jetzt nicht aufmachen. Mann, was ist denn, wenn Sammy oder Leo ist? Wir müssen ihnen da helfen und die nicht stehen draußen. Geiles Deutsch. Action. 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 Geil, Alter. Pepe, du musst das sagen. Nee, Sammy. Sammy, das glaub ich dir nicht. Du bist wirklich neben dir. Ist dir auf dem Weg irgendetwas hier passiert, oder was? Ich sag dir doch schon. Alles bestens. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Oh, was war das? Da Pepe. Komm, komm. Geht's? Geht? Leo, Leo. Scheiße, Mann. Wir werden die nie finden. Ohne Witzsätze, Mann. Wir finden die nicht. Das ist Pepe. Das ist Pepe. Warte mal. Scheiße, Scheiße. Kau ab, geh. Kau ab, geh. Kau ab, Mann. Alter, bleib hier, Mann. Was war das denn jetzt? Knack. Da seid ihr ja endlich. Okay. Ja, was war? Was ist geil? Nee. Hey, was mit weinen? Wiederไมše. ��An der eh Mercen Z Da sind die nicht so gut.